Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Das sehe ich ebenfalls so. Gibt es jetzt hier noch irgendwas? Naja, können wir auch rausgehen. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen, ich musste auf die Toilette und habe mich verlaufen. Ich habe keine Peace-Kräfte. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel, er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Gehe jetzt um den Tisch. Hey! Ha! Na, jetzt geht er hoch. Hm. Das versuche ich lieber gar nicht erst. Wie wäre es mit dem Stift? Die Feder ist zwar mächtiger als das Schwert, aber diese Oberarme sehen aus wie LKW-Stoßdämpfer. Hm. Lexikon. Hey! Ja, top. Moritz, würde er hier Ringelbeats anfassen oder was? Hm. Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hätte ich meinen Kampfhasen auf dich. Niemals! Haha! Fass, Harvey! Fass! Töp! Äh... was kann ich denn da jetzt machen? Hmm. Da fehlt ein Eintrag unter e wie Etna. Ich schreibe mal selber was. Ätna, die Ätnas, Plural, Ätnä, super coole Erdenbewohnerin. Siehe auch Türenschreck, Bärendomtöse, Inka-Gottheit. So schön. Schreibtisch, der, Ablagefläche für Unerledigtes. Hey! Hey! Es ist wieder bestimmt hundertprozentig simpel, plötzlich rafft es gerade nicht. Ein Poloschläger, na den können wir doch mal nehmen. Ein Poloschläger. Benutzen, Poloschläger, der Typ. Was wird denn das denn wieder? Glück! Weg ist er. Hoch mit dir, Altna. Und hier runter. Was sind wir denn hier? Ja, das krieg ich mal hin. Keine Panik. Zu. War ja klar. Freiheit. Freiheit! Nee, noch nicht ganz. Gut, da kommen wir halt hier nicht weiter. Müssen halt nochmal hier in das scheiß Büro rein. Da lief's ja noch, da geben wir halt so Dürre, Rös. Ich sollte erst Hulger beiseite schaffen. Ach so. Komm schon, wir können's später aufräumen. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Du bist ganz schön abgebrüht, Madam. Aber wo ist recht? Das hat's recht, lieber Hase. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß. Der Schrank. Na ach. Tür zu. Jetzt raus hier. Geh' mir einfach mal hier rein. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Naja, fast. Ich nehm mal das Atomreaktor, sag ich. Hm. Schmeckt nach Ananas. Mixer, den kann man doch nennen. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Kegel. Wozu? Die sind unvollständig. Bouldingkugel vielleicht. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Die lassen wir mit neuer Wäsche. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Okay. Reagenzgläser vielleicht. Da komm ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Tja. Hm. Oh, Lichtschalter. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Tja. Hätten wir jetzt nicht alle nicht erwartet, dass es da angeht, oder? Puff, puff, puff. Was haben wir denn hier? Comics. Können wir die nennen. Käpt'n unbrauchbar und der Angriff der Todesboote. Boah. Es ist die limitierte Erstauflage. Boah. Ibelst. Nette Farbe. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Ja, können wir es nehmen. Hm. Schmeckt nach Ananas. Nehmen. Hm. Was ist mit den komischen Affenbüren? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Das soll Alf sein, alles klar. Pfoten weg. Huch. Hm. Ich glaube, hier ist nichts weiter. Na. Geh jetzt in den Flur. Hm. Top. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Ja, der ist da aber. Willst du was lesen? Käpt'n unbrauchbar. Kenn ich schon. Verrate mir das Ende nicht. Wie komme ich ja jetzt an den Klapp so vorbei? Ey, das ist doch der. Hey. Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte, gefälligst. Nicht da ist. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Ah, musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest. Aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Scheißdreck hier. Hey, halt, 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 was ist denn das? Ach so. Halt, den können wir vielleicht mitnehmen. Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber da rausbasteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so, einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. So, machen wir halt den ganzen Scheiß nochmal. Und laufen halt nicht nochmal in eine Fallung. Ich habe jetzt natürlich einen Plan, wie man das machen kann. Warte, gefälligst! Genau, hier rein, hier rein, hier rein. Gib Gas, Edna. Und da rein. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Ja, boah, ho, ho, ho. Freiheit! Was willst du? Ver- Mist. Schade, das war jetzt eine Idee gewesen, die leider auch nicht geklappt hat. Obwohl, da kann man sich in den Schrank nochmal verstecken. Also zu zweit. Falls ja, hätte ich ja die Lösung. Wow, 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 scheiße. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, jemal? Scheiße. Okay, hu. Okay. Okay. Oh Gott. Na gut, wir machen euch mal Freie Abend. Ich brauche erstmal was für den getrösteten Magen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oder gleich. Je nachdem. Bis dann, Leute. Hauuute. 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 Hauuute.